Ich denke, das war ein guter Start für uns in der Saison, mit zwei guten Räsen und guten Schlussfolgerungen. Einer, die wir jetzt nicht zurückkehren, der in Silverstone. Aber es war ein guter Punkt, zu wissen, dass wir schon wieder kompetitiv sind. Aber auch, um ehrlich zu sein, müssen wir sagen, dass jeder in diesem Moment, und jeder manufacturer hatte ein paar Schwierigkeiten und ein paar Reliability-Issues. Especially bei Spa, ich denke, dass jeder ein paar hat. Und so, es macht alles ziemlich schwierig, zu sagen, wie alle sind. Aber ich denke, für uns, es war sehr wichtig, dass wir ein Auto haben, in dem wir sofort auf einem sehr guten, hohen Level sind, um mit unseren Kompetitoren zu spielen. In den ersten Jahren, mit der Hybrid, ich denke, dass jeder viel über die Hybrid hat. Und es war immer leichter, ein größer Gap zwischen den Kompetitoren und dir selbst, oder in der falsche Weise. Und ich denke, jetzt ist es ein bisschen mehr die Konsistenz der Regeln, und auch das Wissen über die Hybrid und über das Konzept, die du machst. Ich denke, das macht alle ein bisschen näher. Also, das war auch ein bisschen der Grund, warum die Kompetition so festgelegt ist. Und wir sehen uns jetzt noch mal. Das war auch ein bisschen. Untertitelung des ZDF, 2020